Willkommen im Restaurant da Enzo, der Adresse für Feinschmecker und Lebenskünstler, gelegen am Eingang des wildromantischen Magiatals in Ponte Bolla. Eingebettet in wildwucherndem Bambus, stolzen Palmen oder der Rosenpracht des Sommers. Ein Ort zum Wohlfühlen. Der großzügige Garten ist während der Mittagszeit wohlig wärmend, und windgeschützt an sternenklaren Sommerabenden. Die verlockenden Aromen der marktfrischen Produkte machen Lust auf mehr. Serviert wird, was die Jahreszeit bietet. Der Kreativität des Küchenchefs und dem Genuss des Gastes sind keine Grenzen gesetzt. Das Restaurant mit seiner typischen Architektur ist der perfekte Rahmen für ein harmonisches Miteinander, ideal um sich den kulinarischen Genüssen hinzugeben. Sollte das Abendessen bis spät in die Nacht dauern, besteht die Möglichkeit in unserem bezaubernden Rustico ein Zimmer zu beziehen. Gastgeber aus Passion und Leidenschaft Enzo Andreata und seine Familie freuen sich auf ihren Besuch. Herzlich willkommen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017